Hallo, ich möchte über die Score-Karte heute sprechen. Was genau sollte da draufstehen, bevor man die Score-Karte in das Sektariat abgibt? So, ich fange damit an, was nicht auf der Score-Karte stehen muss. Du darfst es tun, natürlich, aber es muss nicht auf der Score-Karte stehen. Und die erste ist Datum. Datum muss nicht da stehen. Nummer zwei, du musst nicht deine Ergebnisse zusammen addieren. Das ist nicht Pflicht für dich zu tun. Du kannst es natürlich tun. Oft machen wir kleine Fehler und das streichen wir dann aus und machen natürlich das richtige Ergebnis auf der Score-Karte. Und wir unterschreiben das. Und das ist auch nicht notwendig. Du musst nicht unterschreiben. Dann, was muss auf der Score-Karte stehen. Nummer eins, die Bruttoergebnisse müssen auf der Score-Karte stehen. Und die Bruttoergebnisse müssen stimmen. Beziehungsweise wenn das Ergebnis niedriger ist als das, was du gespielt hast, du unterschreibst nachher, du bist dann leider disqualifiziert. Wenn du eine 5 an einem Paar 4 gespielt hast, aber du hast eine 6 aufgeschrieben, zählt diese 6 für die Punktewertung. Das kannst du nicht nachher, nachdem du unterschrieben hast, korrigieren leider. Du bist aber in dem Fall nicht disqualifiziert. Dann, dein Handicap muss draufstehen und dein Handicap muss auch stimmen. Wenn das Handicap, was auf der Score-Karte niedriger ist als was dein Handicap ist, zum Beispiel wenn du ein Handicap von 17 hast und da drauf steht 15, du wirst in dem Fall nicht disqualifiziert, aber die Punkte werden nach Handicap 15 bewertet und nicht 17. Wenn du aber Handicap 17 hast und da drauf steht Handicap 18, dann bist du leider disqualifiziert, weil du da mehr Punkte bekommen würdest. Dann muss dein Name natürlich draufstehen und du musst die Score-Karte unterschreiben. Nicht nur du, sondern dein Zähler muss auch deine Score-Karte unterschreiben. Wenn du diese Dinge hast, Unterschrift, Handicap, die Bruttoergebnisse, dein Name ist da, dann kannst du die Score-Karte abgeben. Bitte gib die Score-Karte immer so schnell wie möglich ab nach der Runde. Geh bitte nicht duschen, weil irgendwann ist auch da Schluss. Okay, so ein paar wichtige Punkte, damit du jedes Mal die Score-Karte richtig ausführst. Danke für das Zugucken und bis bald!